Die niederländische E-Lok Baureihe 1200 Epoche 3 kommt als Neukonstruktion in den Fachhandel. Die Baureihe 1200 der niederländischen Eisenbahnen ist eine 6-achsige Elektro-Lokomotiv-Baureihe aus den Jahren 1951-1953. Die Lokomotiven waren bis 1998 bei der NS im Einsatz. Die Dachausrüstung ist präzise nachgebildet. Besonders besticht das Modell durch die vorbildgerechte Nachbildung der Pantografen sowie filigraner Elektroleitungen und Dachisolatoren in vorbildlicher Materialstärke. Die Baureihe 1200 überzeugt durch eine feine Detaillierung, makellose Lackierung und Bedruckung und entspricht in jedem Detail dem Original. Die Griffstangen im Frontbereich sind extra angesetzt. Diese Details tragen so zum perfekten Gesamteindruck des Modells bei. Die Pico Baureihe 1200 der NS hat einen Zinkdruckgussrahmen. Das verleiht dem Modell eine gute Haftung und exzellente Fahreigenschaften. Angetrieben wird die Lok durch einen kräftigen Motor mit zwei Schwungmassen, die auch für ein vorbildgerechtes Ausrollen sorgen. Zur Erhöhung der Zugkraft wurden zwei Antriebsräder mit Haftreifen in diagonaler Anordnung versehen. Die Drehgestelle sind filigran nachgebildet. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Die BR 1200 ist mit einer NEXT 18 Schnittstelle ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden Decoder abrufbar. Das Modell ist für die Aufnahme eines Sounddecoders mit Lautsprecher vorbereitet und kann problemlos nachgerüstet werden. Die Baureihe 1200 der NS besitzt eine LED-Beleuchtung mit sehr guter Leuchtkraft. Der Wechsel von Spitzensignal und Schlussbeleuchtung erfolgt fahrtrichtungsabhängig. Die Kabinenbeleuchtung ist separat schaltbar. Die Kabinenbeleuchtung ist auf derdecke. Musik Das Pico-Modell der Baureihe 1200 der NS kann auf ihrer Anlage universell sowohl vor leichten Güterzügen oder auch vor Personenzügen eingesetzt werden. Diese Modelle eignen sich besonders für niederländische Anlagenthemen. Musik 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 Musik